Hey Leute, was geht? Heute gibt's das zweite Video und ja und ich mache heute mal Headball 2, das steht da auch, sorry Leute, ich kann es halt nicht so gut aussprechen, ja, aber ich bin jetzt auch kein Profi da drin, weil ich spiele das erst seit gestern Ja, also bitte nicht beschweren über meine Leistung, weil ich kann das wirklich gar nicht gut spielen Wie gesagt, ich bin jetzt neunter Platz Ja, ähm Cool Ja Ja, egal Laden Ähm, ne danke Hier Leute Kopf noch Rubbeln, rubbeln, rubbeln Ach ne, jetzt kommt schon, oh ne, ich mag was gar nicht Ich mag das überhaupt nicht Egal Jetzt fangen wir mal an und spielen Na, würde ich mal sagen Weil ich meine, wir müssen auch den Platz überholen, weil ich will nicht neunter Platz sein, auf gar keinen Fall Fortfahren Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht wirklich der größte Profi da drin Okay, ich weiß jetzt schon, ich werde verlieren, weil ich meine, guck mich mal an Guck mich mal an, ich bin unausgerüstet Leute, ich bin unausgerüstet, ich glaube, ich werde sowas von verlieren Ich spiele das erst seit gestern Oh ne, ich bin einer Leute, ich will jetzt nicht flexen oder so, aber Grupp sind's so einfach Ich dachte, irgendwie der ist zu sind, Fabila Ich dachte, irgendwie, der ist zu sind, Fabila aber das ist halt so glück weil ja ich gerade probiere eben zu meinen ersten tor leute nur glück der war irgendwie so ein bisschen stärker aus leute versteht ich wie ich meine weil ich meine ich spiele das erst seit gestern und er hat hier mehr sache als ich und deshalb sieht er halt auch am stabilsten aus von uns beiden ich bin kopfnuss ach schade der arme fühlt sich gemobbt ach du scheiße er aber okay er hat angst vor mir und apfisch leute ich bin was bin wieder siebter platz geworden krass seht ihr mal wie schnell das gehen kann er hatte angst vor mir es tut mir so unfassbar leid für die werbung aber ich kann es leider nicht stoppen weil wenn ich jetzt internet ausmachen würde dann könnte ich ja nicht spielen versteht wie ich meine das mal direkt in eine neue runde rein mal sehen ob es ein besserer spieler wird ich weiß nicht ob er besser ist aber ich glaube schon ich werde sowas von verlieren leute auch wenn ich das immer sagen und am ende was ganz anderes dabei rauskommt leute ich werde sowas okay das war jetzt nur glück von mir bin ich mal so ehrlich ne weil das ding ist als ob ich jetzt gewinnen werde als ob ich jetzt gewinnen werde nie im leben hä ich bin zu schlecht leute unterschätzt euch nie im leben weil am ende kann aus euch etwas werden versteht ihr wie ich meine ich meine ich dachte ich bin schlecht aber ich bin voll gut ohne flex jetzt ne ich bin mega gut da drin irgendwie geworden ah schade er hat ein tor kassiert ist okay aber wie gesagt wir können es noch schaffen leute also keine angst ähm ja oh der war stabil aber man muss sagen die gegner sind nicht immer leicht ne weil ich habe mal auch sehr stabile typen bekommen die waren echt hart zu mir also die waren halt wirklich richtig gut da drin und richtig hart auch so einfach und und äh ihr müsst euch halt denken ich spiel das also ihr müsst halt wissen ich spiel das wirklich nur seit gestern ne und ich bin schon so gut und ich bin schon so gut ich bin schon so gut ich bin ja nicht richtig aber 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 ja auf jeden fall ich finde es nicht besonders wenn ich verliere weil ich meine es ist ja nur ein spiel es geht ja ums also nicht ums also es geht ja ums spaß haben ne versteht ihr wie ich meine aber ich habe gewonnen mal sehen ob wir wieder ähm hier Dings da ähm Dings da bekommen ey ich hasse das ich hasse das ey so welche Schuhe finde ich so satisfying und so welche Pullover auch wenn es für Jungs ist ich finde das immer so satisfying und so geil okay ich glaube ich würde mal sagen wir gehen in noch eine Runde rein ist das das habe ich jetzt bekommen achso okay ja Leute ich würde mal sagen wir gehen direkt in noch eine Runde rein aber ich glaube jetzt muss der gehen ja die ist wahrscheinlich echt hart aber ich weiß nicht aber die sieht wirklich hart und stabil aus muss man schon sagen okay okay die geht direkt drauf okay ja aber der war auch voll unnötig ne ja die ist echt stark ich glaube auch wenn ich es immer so erwähne Leute ich werde safe verlieren und am Ende kommt immer was anderes dabei raus aber diesmal werde ich verlieren wirklich weil die ist einfach zu gut hallo der hat schon zwei Tore ja okay ich auch aber ja okay jetzt habe ich drei aber trotzdem ich glaube die ist viel viel zu gut für mich aber der hat sich gut gewehrt muss man sagen langsam glaube ich dass ich gewinnen werde Leute ja ja die wird ach nur Glück das war einfach nur Glück Leute das sind wir immer ehrlich äh ja ich lasse ihn jetzt einfach mal Tore schießen wobei ich sagen muss ich würde es schon sehr gerne gewinnen ich würde gleich vielleicht noch in eine vierte Runde reingehen weil ich habe ja genügend Zeit ne und ein Live Video würde ich auch sehr gerne mit euch machen eines Tages oder irgendwann ey der ist so dumm der hat der hat einfach ich weiß nicht ob es ein der oder die ist aber ich glaube ein der äh ja der hat einfach so ein Tor gemacht voll dumm ey Leute sorry der hat mir irgendwer was geschickt meine Freundin äh ja es ist halt Sommerferien und da interessiert man sich halt für die anderen so ne weil ich meine es schon sehr schade dass wir jetzt nicht mehr auf der ganzen Schule sind ey das ja auf jeden Fall mal sehen was dabei rauskommt also ich bin jetzt sechster Platz wie gut eigentlich oder ich finde es eigentlich voll gut ja ich glaube ich gehe doch nicht in eine vierte Runde rein Leute aber ich gucke ich sehe gerade jetzt sind ein paar Minuten vergangen ne also schon neun fast zehn deshalb würde ich mal sagen wir beenden einfach mal das Video Ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal